Sehr gut. So, und jetzt ab zum Relikt. Ah je. Komm her. Du musst Depots bauen. So, das Relikt hätten wir gesammelt. Jetzt fehlen noch zwei, wo ich keine Ahnung habe, wo die sind. Ah, da kommen schon wieder die nächsten. Was ein Stress hier. Mann, Mann. Wie nervig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünf, zehn. So. So, so viele Einheiten habe ich jetzt gebaut. Ihr kommt mit. Auf der Suche nach dem Relikt. Ist hier noch ein Relikt? So, jetzt kommt nämlich der Trick. Wenn ich nämlich den Pylon umbolze, statt die Photonenkanonen, den Photonen, dann sind die beide aus. Juhu. Voll toll. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Stopp. Kommt noch was? Oh, 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 oh. Ich werde doch vorerst dann. Es geht los. Und nicht mehr? Worauf soll ich ballern? Was liegt an? So, Verbesserungen auch noch erforschen. Bereit machen, Jungs! Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Das ist auch cool. Ich kann die Pylonen umnatzen und die Photonenkanonen treffen mich noch gar nicht. So, und ihr bleibt hier und wehrt böse Angreifer ab. Sehr schön. Worauf soll ich ballern? Ah, Forcefields. Ja, jetzt habe ich aber Bunker. Jetzt könnt ihr nichts mehr gegen mich fliegen. Ah, aber ich will doch eigentlich nur die Relikte einsammeln. Wo sind die denn? Ist hier noch eins? Ja, 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 ja. So, jetzt fehlt nur noch einer. Du brauchst weiterhin das hier. Okay. Nicht genügend in der Reihe. So. Swim! Ups, 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 ups. Ich könnte ein bisschen Verstärkung nachholen. Aber wo ist das letzte Relikt? Ich hätte das eigentlich schon noch gern. Schon wieder neue Depots. Ich baue doch schon Depots. Egal. Ich muss die Mission ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Ich gehe alles ab. Ich reiße euch alles ab. Aber ich will noch das Relikt finden. Mir doch egal. Das schaffen die schon. Wo ist jetzt das Relikt? Nicht gemacht. Befehle erreichen. Da. Vielleicht ist es da. Da sieht es so aus. Das könnte da was sein. Ja. Geht's auf. Geht's auf. In Ordnung. Warum nicht? Ich würde angerufen. Jetzt muss ich kurz ans Telefon gehen. Hilfe. Lauft einfach und holt euch das Relikt. Da. Tschung. Ups. Ups. Cool. Jetzt aber. Ich habe ein paar Leute runtergeschickt, um das Artefakt abzuholen. Wir haben, was wir wollten. Jetzt nichts wie raus hier. Ich hatte ganz vergessen, wie einfallsreich du sein kannst, Jim. Sei dir sicher, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Kerrigan. Die Kerrigan. Jo, ähm, wieder keine neuen Auffolge. Ich kack, noob. Na gut. Unter 15 Minuten, das hätte ich vielleicht noch hinkriegen können. Ich habe mir etwas viel Zeit gelassen. Egal, darum geht es ja nicht. Ich hoffe, wenn ich mich nicht darum, werd euch nicht aufhin? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Seltsam, Sträfling. Ich erinnere mich nicht daran, dir Datenbankzugriff gewährt zu haben. Halte mich nur auf dem laufenden, Captain. Diese Königin der Klingen jagt wohl allmächtig Angst ein. Nicht sehr beeindruckend? Du hast keine Ahnung, wer sie ist, oder, Tychus? Kümmert mich auch ein Scheiß. Aber Jim kümmert es. Sie standen sich nahe. Moment mal. Du meinst, die beiden hatten was miteinander? Offensichtlich war sie etwas anderes, bevor die Zerg sie schnappten und verwandelten. Und Jimmy gibt sich die Schuld. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was er machen wird. Sollten wir ihr erneut begeben. Bei so einer Frau hilft nur eins. Verbrennen. Ich habe Tychus dabei ertappt, wie er in unsere Datenbank eindrang und dort nach Informationen über Carrigan herumsuchte. Ich weiß zwar nicht, welches Spielchen er da spielt, aber wir können ihm offensichtlich nicht vertrauen. Matt, Tychus und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten und haben schon oft zusammen in der Scheiße gesteckt. Als uns das Gesetz dann am Wickel hatte, hat er die Sache allein ausgesessen, ohne mich zu verpfeifen. Ich habe eine zweite Chance bekommen und er kam in den Knast. Völlig verständlich, Sir. Aber ich schulde ihm einfach was, Matt. Thema beendet. Ich wusste gar nicht, dass das so viele Zwischensequenzen sind. Noch eine. Du hast es bestimmt schon gehört, Raya. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerk kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Maritain. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lade. Du bist die Großzügigkeit in Person, Herr. Ah ja, klar. Da konnte man sich noch sowas kaufen. Hm. Will ich aber erstmal nicht. So. Also hier gibt es Söldner. Hier gibt es... Ah ja, das ist auch lustig. Das werde ich jetzt zwar nicht tun. Aber da kann man so ein Minigame spielen. Da sind wieder die Nachrichten. Schauen wir uns die mal an. Donnie Vermillion meldet sich live für UNR. Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donnie. Kann es sein, dass in der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was noch wichtiger ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranen möglich sein könnte? Donnie, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Ja, gut, ähm, ich will ins Arsenal. Was gibt's denn hier? Schockmunition, das ist cool, das will ich. Auf, ähm, das verlangsamt die Einheiten. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, das mache ich auch. Ah, ich gebe schon wieder mal ein ganzes Geld aus. So ein Scheiß. Das ist natürlich auch cool. Egal, ich habe kein Geld mehr. So. Da ist jetzt... Was ist das? Ach, das ist der Marauder. Moi. Also hier sieht man halt dann seine ganzen Einheiten. Haben deine Möbius-Kumpels zufällig mal erwähnt, dass die Königin der Klingen auch hinter diesen Artefakten her ist? Hey, die geben mir nur die Mission, okay? Und wo liegt überhaupt das Problem? Wenn wir dieses Miststück umlegen, tun wir damit auch allen einen Gefallen. Ich dachte, dir kommt's nur auf das Geld an, Talgaz. Spricht doch nichts dagegen, dass ich der Menschheit was Gutes tue und dafür sogar bezahlt werde. Genau. Ja, gut. Machen wir weiter mit den Missionen. Oder reden davor noch mit Matt. Alles in Ordnung, Sir? Nach all den Jahren wieder auf Kerrigan zu treffen... Wir müssen sie aufhalten, Matt. Egal, was sie im Schilde führt. Nun, wir haben ihr heute einen Rückschlag verpasst. Die Artefakte sind ihr offensichtlich wichtig. Ich wünschte nur, wir wüssten weshalb. Ja. Machen wir weiter. Ja, die Mission war noch offen. Alle Schiffe, die diese Übertragung empfangen, die Zerg überfallen Agria. Die Liga hat uns im Stich gelassen. Wir sind nur eine kleine Agrarkolonie. Wir müssen evakuieren, bevor wir überrannt werden. Wenn sie diese Nachricht empfangen, bitte, helfen sie uns! Okay. Ich habe gehört, der mächtige Jim Reno sei wieder auf Achse. Und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Ich will erst mal das machen. Äh, ja. Stand. Empfange Übertragung. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben, Commander. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Schön, Sie kennenzulernen, Doc. Nennen Sie mich einfach Jim. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten zwölf Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Keine Sorge, Doc. Wir bringen Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Ich bete, dass Sie recht haben, Commander. Die Zergs sind schrecklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Also ich finde die sü- Bonusziele sind optimal, aber sie bieten oft Forschungspunkte, die mächtige Einheiten und Upgrades freischalten. Okay. Beliebige Taste drücken, um vorzufahren. Feuerfresser! Wir haben uns ein paar Feuerfresser organisiert, Cowboy. Mit Ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Ich bin ja schon auf dem Weg. Zeit für Griechenwürstchen. Ach, sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen können. Oh, noose. Ich glaube, ich weiß, was das für eine Mission war. Die war nervig. Was ist das denn? Achso, das sind meine Söldner. Die kosten ja auch noch was. Ist ja voll gemein. Wir müssen die Konvois den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Okay. Der erste Konvoi wird demnächst Largs Crossing verlassen. Ich habe doch noch nicht mal Einheiten. Jetzt chillt mal. Oh Mann, das fängt ja schon wieder gut an. Wir müssen das passend gemacht. WBF einsatzbereit. Was liegt an? Ach, kommt schon. Jetzt chillt doch mal. Oh Mann, bitte. Oh Mann. Ich verzweifle, dass ich das irgendwie schaffe. Da hatte jemand den richtigen Riecher, Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. Aber warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens sind die Bunker gut positioniert. Ich sehe zu, dass sie bemannt werden. Ja, mach das. Ich weiß jetzt nicht wie. Ups. Lieber mal dableiben. Oh geil. Jetzt muss ich zurück, um ein Depot zu bauen. Oh ja, schon. Ups. Oh ja, schon.